Da komm, 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 genau, perfekt. Felix, ich brauche deine Hilfe. Ja, ja, ist klar, er ist klar, er schlägt mit. Komm, ruft, da ruft du auf den. Ach, der andere Typ haben wir hinter euch. Guck, hier hast du ja gleich noch. Guck mal, wie er übertreibt. Hallo? Wie der gleich übertreibt, alter? Leu, das ist doch... Ich finde das scheiße, nur lustig. Fuck off, alter, dieser Grüne hielt mir so derbe auf den Sack, dieser Wichser. Der hielt mir so auf den Sack, dieser Grüne. Alter! Junge! Du warst doch nicht mehr in der Nähe davon. Na klar, ich war direkt da. Ey, du bist so ein Bastardchen. Du bist so sehr viel dabei, weg bei mir. Ich soll schon am Eingang vom Tor. Du musst alles kaputt machen, ey, und mich umbringen. Das machst du immer. Das nervt langsam, Pascal. Ich guck, ob du Altenhör mir davon noch haben, alter. Ey, das nervt langsam. Soll ich dir mal zeigen? Nee, du kannst mir am Arsch lecken kannst, so tief, alter. Ich zeige dir, wo du standest. Bei mir, wo du dich schallt, dein Modus. Halte, zwei geplant von dir. Hier, hier war der Säule, ja, und du standest bei mir, hier hinten, ja. Und das will ich sehen, auf der Aufnahme. Kein Meter berührt, ich hab dann von der Aufnahme. Ja, 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 das will ich sehen, das lobigt dir nicht, das kubelte ich dir nicht ab. Alle, das geht ja nicht, das ist so. Wenn, denn es ist so verpackt, online aber, das, glaube ich, das war von dir, 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 wie immer. Durch dich verliegen immer mein Geld. Kleiner Basta. Ach, siehste, verlierst du auch Geld, siehste? Ja, natürlich verliert man Geld. Ich verlieb zwar nicht so, verliert zwar nicht so viel, so 1000, aber 100 da schon. Ja, und ich verliere 5000, das ist bei mir noch schlimmer. Oh, ja, deine Rüstung ist schon kaputt, die, deine, deine, deine Kappe. Deine auch. Hey, was soll man da machen, wehste? Will man da generell machen. Ey, sieh, du hast ihn, hinter dir, Achtung. Hinter dir, der hat keinen Goldapfel. No Chance. Der hat einen Goldapfel gefressen. Deine Schuhe sind schon kaputt. Der ist, der ist ja schon im Arsch, der Typ. Ja. Loll, tot. Loll. Alter. Ein Wichser, Alter. Und da hat er nicht mal was gekonnt von mir, ist das nicht so warm. Was machst du? Alter. So eine Scheiße. Was macht die Karre? Warum dreht der sich? Ich wollte mich gar nicht drehen. Pullen hab ich ohne. Ich nicht. Geil. Hä? Jetzt krieg ich auch Pullen, ohne Sinn. Fülle die Kopfschlappen. Ohne Sinn krieg ich alles klar. LOL. Du hast noch die Bullen, kann ich sagen? Ja, ja. Die fahren die Bullen ohne Ende. Aber ich war... Klar, die finden mich genau hier. Alles. Nee, Hacker. Das ist ein Hacker. Aber schreibt zu mir Hacks. Mensch, du Bastard. Ist mein Licht kaputt. Ich lobe es nicht. Warten. Na klar, Hacker. Ey, nee, der Turin kannst du nicht spielen. Hier backen die Spieler so rum. Dein Ernst, das ist eine richtige Scheißmission. Warum? Dann fliegst du doch, oder nicht? Äh, du wirst nicht, ah. Okay, machen wir mal. Wir haben das schon mal gemacht. Dann überleg mal, wie wir das machen. Wir haben das schon mal gemacht. Du wirst in eine Militärbasis rein. Besorgst hier so einen Jet. Und ich jag den Starter. Starter. Ja, warum denn nicht? Bei mir ist dein Auto noch voll ganz. Echt? Eier. Bei mir ist es noch wie neu. Außer es vorne ein kleiner Kratzer. Kleiner. Wie jetzt ein Motorhub ist weg. Bei mir ist es noch wie neu, Alter. Das glänzt noch richtig. Okay. Ja? Und zwar hier in diesem Gebiet da hinten. Das schlägt ja. Ja. Ich wollte eigentlich zwei mal immer so die Aktion herstellen. Da in diese Richtung. Ey, ich sehe nicht mehr durch. Mir brengt die Hand, Alter. Das sieht ja aus. Mein Finger würde mir da schon wehtun. Der tut mir auch schon weh. Oh, jetzt kommt das andere Team noch, ja? Full-Dia-Team angelaufen. Ey, wie viele Goldäpfel hat denn der? Vielleicht ist in den Kisten ja auch noch ein Goldapel. Ja, ein OP-Goldapel vielleicht. Ich hab nur noch einen. Das ist nicht so gut. Hey, es ist ja immer noch diese scheiß Titan hier. Also wenn jetzt immer noch die Titan da ist, dann muss ich mit der fliehen. Weil sonst hat das keinen Sinn mehr. Okay, ja mal geil, jetzt steht hier gar nichts mehr. Ey, das ist GTA, ey. Wenn man mal was braucht, dann ist nichts da. Wir hätten jetzt immer noch nichts. Oh, so ein kleines Wichs-Flugzeug. Ey, Mann, Alter, das nervt echt. Ne, also wenn jetzt... Werden wir mal mit der Titan hier flogen, ey. Mann, ey, jetzt sind da nur so eine kleine Wichs-Flugzeuge. Und bist du jetzt schon abgehoben, oder? Ne, ich krieg kein Flugzeug hier. Das nervt gerade, ey. Ich mach gleich GTA aus. So, wenn jetzt hier nichts spawnt, den Weg weg. Ja, wir hatten keine Wichs-Ding, ne, cool. Okay, dann geht. Guck mal, wir haben noch morgen lang die noch. Keinen Sinn mehr. Tricks, GTA. Spawnt doch nur ein Scheiße, Alter. Der ist halt GTA.